herzlich willkommen zurück zu weiteren youtube-videos auf unserem kanal sofort und gleich johann wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drückt gerne auf abonnieren direkt daneben auf das glöckchen aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein leichter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video 90 glock so leute wir gehen also wir sind in rush force und wir haben 2800 gold und der gleiche 2400 meine goldmine ist expiert neue goldmine machen ja man auch so und dann mache ich dann mach was ist denn das wie ja das ist nichts zum veräppeln was sollte das ein tun fällt da doch safe ziemlich sicher aber man kann dann schon versuchen irgendwas noch zu retten immer so bei müssten eigentlich so machen die tonne muss weg die tonne muss weg die tonne muss weg ich muss ein bisschen das gehört mir nicht so gut so und dann zu meiner sagen glaube ich nicht glaube ich sollte das nicht übel sein nettes kaum schnitt ich würde das nicht angreifen du ich würde das angreifen ich würde ich nicht so gut finde ich was würdest du denn machen wie was würde ich machen ich würde die angreifen so aber schauen wir doch einfach mal eine free box mit einem pitcher und die kann schon wieder nichts werden warum ich doch nur verkorkst warum ist meine taktik immer verkorkst fortnacht was ist denn das wie wir sicher was wir sicher was ich glaube nicht dass sie also da ist es eine laser hin und wo was jetzt denn hier die pitcher nicht soweit nicht soweit hier hin naja die sind sehr weit entfernt geht doch was die sind so dämlich ja dein heilen hättest du natürlich auch mal zwischendrin benutzen müssen der taktik ist so schnell du benutzt ja das heilen nicht so schnell wenn du das heilen nicht benutzt dann ist natürlich meine taktik schlecht sorry aber du hast das jetzt nicht einfach verloren oder ja oh mein gott es ist denn ernst du hast das verloren nein weil du die auch total falsch anwendest so ist dir so richtig wie nahe wie nahe ich die zusammenpackt bei mir so und dann habe ich das heilen immer direkt drauf für die situation dass es mal notwendig werden könnte so jetzt fange schon an zu heilen so und jetzt habe ich eigentlich schon gar nicht mehr so viel oh mein gott es ist sein ernst sein ernst jetzt nein nein oh mein gott halt er macht das ding down oh mein gott das war so das war ein fehler von ja nicht auf drei ständen das war ein fehler von mir sie patentiert die taktik ja bei er gleich ja beim wasper ja patente zwei ohr sperren es war nicht gut jetzt nicht gut gespielt von mir muss ich sagen das ding muss ich eigentlich schon down bekommen wenn ich die jetzt hier unten angreifen so eng genug ja 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 genau so ist es eng genug hier drauf halten sagst du ja und dann aber auf die entscheidende situation warten je nachdem wenn das gefühl bekommt eigentlich eigentlich müsste man schon fast warten weil eigentlich muss der typ hier geheilt werden zum schluss weil er ist eigentlich mit mit der stelle der laser ja 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 da wird bei mir gehalten habe ich halt der bitte bitte macht doch erst mal ist es nicht dein ernst macht diese blöde macht das blöde ding da down macht das down das kann ich aber auch herz geschafft jetzt kriege ich drei stück ja 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 45 45 gold drei sterne ich habe hier ich wurde und verlor der hat scheinbar alles geholt man 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 hast du eine gute gold auch mal die goldmine ist sowieso ja super toll was dann jetzt facebook was sind jetzt lieben euch warum was nicht schon wieder der facebook ist es solltest du doch mal raus machen jetzt habe ich dann ja auch man also ich daran denke ja ich sehe ich dann aus heute hast du ich habe wieder verloren ein taktik ist die schlechteste die es gibt dann mach eine eigene wenn du sagst dass die so schlecht ist dann mach eine andere macht deine eigene mache ich ja also dann machst du mach doch jeder auf mach ja mache ich bitte machen es so leider hat nicht jetzt wirklich in der bombe hin geflutscht macht das ding da doch erstmal wenn das teil da oben fällt habe ich gewonnen genau so erstmal das angegriffen jetzt müsste ich gewonnen haben weil da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren das einzige teil was oft auf distanz mehr schaden machen kann ist jetzt daumen jetzt wollen wir uns das andere teil da unten genug pitcher habe ich noch genau und jetzt habe ich wieder drei sterne man muss nur wissen wie man sie richtig anwendet ja sofort ohne rare box kommen box pitcher mainz plumber plumber holen das ist gut dass wir das was denn das ist sie sie da stellt sich alles zusammen das ist wie sie das ist alles direkt zusammen so guckst du machst du doch noch mal eine taktik oder nehmen was sie zusammen aus nicht habe ich habe eigentlich eine gleiche taktik wollten mit den gasten statt den anstatt zu betten holen holen ja du musst ja aber das geschaffen trotzdem du musst aber das heilen drauf habe ich doch schon hast du schon gemacht ja mein gott das ding ist krass wie sie sind die so krass ja aber wir haben jetzt keine chance mehr die haben keine chance mal das war mir klar das kann eigentlich nicht funktionieren so jetzt bräuchten zuständen habe ich nächste box die bestände brauchst du noch ja ich brauche jetzt viele habe jetzt erst mal eine box holt eine box sehr wichtig wenn ich mal auf dich treffen würde bei dir extra angreifen und ich fertig wir sagen dass deine goldene schlicht ist so bin ich zu dir gleich nett und zuvorkommt mein gott machte macht das ding das ist jetzt richtig gut gelaufen ich habe einen stern habe ich gut ich habe nicht verloren verlieren gibt es bei mir nicht im wortschatz solcher deutschland die tat die von mir wie funktioniert viel besser probiere ich mal aus welche man es tut und ich mache gar zwei guards anstatt zwei pitcher das ist viel besser okay das könnte könnte auch gut sein also ein pitcher sind drin aber der fall als stadt ein pitcher eingart vielleicht wäre es auch besser einfach beide pitcher weg und dafür zwei leser nein da brauchst du noch die gas die leser die leben immer noch am ende der macht den dauer und das kann ich sagen jetzt verdient ist tatsächlich was war denn das jetzt okay macht zwei gart macht 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 sogar zu stadt anstatt ein pitcher macht das ich mach 22 lese ich werde gucken wie gold krieg daraus mehr als 100 mit dem hieß bei 98 gold und jetzt 90 96 96 100 101 101 gold ich rausbekommen krass ich bin bei 3000 gold 3100 gold du machst jetzt wo ganz genau das gleiche und der eingabe mit abstand also du setzt quasi du bist jetzt quasi nein 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 nicht erst nicht ja das ist ja genau erst dann 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 den landen leser dann die ich habe den pitcher und dieses andere dinge ein bisschen nach hinten ein bisschen nicht wie ein feld nach hinten bitte ja so ungefähr weil ansonsten wenn jetzt der minenwerfer kommt dann trifft er erst mal wieder vor eine bombe super das sollte easy sein oder oh mein gott mach das ding erst mal da und so jetzt schon ein bisschen verkackt das gute ist dass der da oben erstmal auf distanz ist aber ich glaube nicht dass das funktioniert macht es die frauen zu lange um zu schießen doch hat es geschafft hat es dauert jetzt halt sechs mal petra was ich krieg nur drei gold dafür willst du mich veräppeln dafür dass ich so gekämpft habe ich hätte vor aufpassen müssen müssen besser weiß ich nicht was weiß ich noch nicht muss auf langzeit sehen ja genau so 15 gold gibt es jeweils da zwei lese ich probiere es trotzdem jetzt mal wieso weil ich probiere so also auf geht's gewonnen aber hast du bitte den ersten lese haben wir schon mal dauernd den zweiten lese einmal dauernd jetzt muss nur das andere ding bitte bitte macht das dauernd schießt doch einfach auch mal darauf es wäre aber gar nicht so schlecht wenn ihr einfach mal drauf schießen würde du nicht einfach nur zu gucken weil der was ist mit euch los was läuft da schief oh mein gott oh mein gott war das eng war das eng so uns gibt es 45 45 gold von gegen jula drei sterne ich bin jetzt hier endlich aufgestiegen ein bisschen das habe ich 2736 wie viel hast du 3100 irgendwas okay so das sollte eigentlich ganz gut funktionieren behaupte ich mal aber der wird eine blöde taktik jahren glaube ich ich marschiere hier unten durch ich marschiere da unten durch so dann der laser dann das ding da noch und auf geht's die plamme muss ich überleben das kann ich weiß dass deswegen nicht der speed gemacht wird auf jetzt geht direkt darauf geht direkt darauf geht drauf geht drauf geht drauf geht drauf mal das ding bleibt das ding bleibt macht das ding bleibt macht das ding bleibt mal das dann nicht auf mini nicht nicht oh mein gott du kriegst du panik wenn du siehst dann auch ja da wird auf euch geschossen aber dann nur greifen einfach mal da den in den turm an super geil so wieder 45 geholt ich habe meine taktik und sind am besten nächste jahre ist gut muss sagen ist ganz gut so was kann ich jetzt upgraden irgendwas ist zum upgraden und der ganze kram da ok bringt mir jetzt nicht so wirklich viele hielt weil es wirklich der hielt weil es mega mega das wirklich mega so was ist das ist das was ist das macht das sinn was komme ich da unten vorbei ist das ein rohr ne komme ich da vorbei ja ich müsste darum durch die wiese vorbeikommen ok also wir versuchen es einfach mal ich schaue mal ob das funktioniert ich habe keine ahnung da habe ich da vorbeikommen das weiß ich nicht das stoff ist nicht gut das verlierst dann was los ich hier vorbeikommen ich stehe ich jetzt hier irgendwo muss jetzt erst mal erst mal den laser platt machen dann das andere teile und platt machen das ist ganz wichtig das ganz wichtig dass dieses ding platt kriegen oh mein gott oh mein gott das wird echt nicht das ist das ist nicht so easy wie du das einschätzt so einen habe ich nur bekommen super toll und jetzt verliere ich das einen schuss jahr so was kenne ich einen noch mein gott ja das hat jetzt nicht so gut funktioniert okay macht aber nichts alles kein problem zwei panzer was hat denn da alles nenni 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 das gefällt mir nicht ja colored na ja süß das heißt meine truth ich müsste erstmal den plan war darum ich weiß es jetzt gar nicht was ich brauche noch ein stern nach hinten und mit denen greifen das funktioniert trotzdem noch mal erst mal das ding der kaputt so dann läuft eigentlich eigentlich ganz gut ja das müssten drei sterne werden vor allem weil die da unten einfach so rumstehen und nichts machen erst ein schlechtes gepflegten truppen der welt 45 gold geholt wieder eine common box bronze 3 so wo sind wir denn jetzt jetzt immer bei 2896 wie viel kostet mich das upgrade jetzt noch 114 ich habe es fast acht stück noch dann kann ich das upgrade machen acht jams oder eben je nachdem wie viel gold ich noch hole so da gibt es 15 gibt es auch wieder 45 gold aber ich befürchte dass ich das hier nicht holen kann das kann ich nicht holen das geht nein 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 das kann ich nicht wohl alle drei nicht das ist funktioniert nicht geht aber wenn ich das jetzt direkt angreifen wie kostet mich das überhaupt noch ich kann kaufen ich habe hast du ja nein 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 ich freue mich für dich ich freue mich für dich super ja danke gleich ja mache ich habe ich nur wollte und einen gem es würdest du auch gem oder so kommen holt euch jetzt die holt euch die bitte 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 oh mein gott nein das headquarter 5 kostet 20.000 oh mein gott oh mein gott nur ich habe jetzt nur zwölf bekommen ich kann ich kann ich nicht ernsthaft das ist nicht wahr jetzt oder doch mein gott ich habe schon meine alle meines rum zusammen ich muss jetzt von oben angreifen weil ich muss die plumber erst mal weg bekommen geil ich kann ich kann ich kann ich kann die commande finden so na ja man ja man ja man ja man ich bin headquarter 4 jetzt ließen tagen echt gut gesucht ist na ja gut gesucht kann man ja aber das ist wenn jemand sucht dann macht er das stundenlang und nicht nur eine halbe stunde am tag und die kies sind in der stunde jedes mal wieder kriegst du ein gehen zu einer stunde ja super naja die letzten matches habe ich jetzt nicht so gut gewonnen hat ihn da kommt da unten bitte jetzt erst mal ja macht erstmal wenn die kanone down ist dann habe ich ja oder den minenwerfer was auch immer das ist keiner wenn das da unten ist es geschafft jetzt gibt es funktioniert so das ist gut eine box ist gut vielleicht reicht das auch für mich jetzt ich weiß es nicht ich werde jetzt mal gucken ich habe jetzt 3000 jetzt nicht 182 james fehlen noch ein angriff man zu mir reicht ein annehmen wenn du musst du einmal drückt einmal drauf muss nur ein nur einmal ja nur einmal nur einmal nur einmal nur einmal kurz von den ersten jährigen greifen egal was passiert ja das ist ja mega fett das ist ja mega fett das muss ja eigentlich funktionieren also wenn ich das nicht hinkriege dann weiß es auch nicht umgesetzt warum die lese kommt ja aber das ist ja so also auf geht's rush eigentlich müsste oh mein gott oh mein gott jetzt ein nein 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 wir sind alle wieder hochgeheilt hier ist doch gut gelaufen sogar sehr gut gelaufen würde ich sagen nein 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 ich werde jetzt nicht an der bombe verringen aber du wirst keine drei stände schaffen einmal auf das ding schießen hätte nein wir etwas bekommen wieder war kein der zeige auf smart vostru ich habe mich drauf geachtet ich musste da hier gut schätze ich muss es ja angreifen mir doch mal kommt es kostet mich 5 gold würde schon unten beim laser angreifen oder da oben beim leser angreifen da unten steht noch der dings wenn der weg ist ist der weg was weg ist es weg das kann mich aus der distanz schon nicht mehr angreifen das ist das entscheidende ich muss die dieses vieh direkt angreifen dass es weg ist weil sonst balle der mir jedes mal aus der distanz ein rein und gibt macht mir schaden deshalb nicht klug gesetzner erzählt ein bisschen mit aufstand setzen müssen weil der laser wird alles nicht von dir was bitte oh mein gott macht den leser da ja jetzt habe ich drei sterne hat er überhaupt jetzt gold ja auch gehabt habe ich jetzt am anfang darauf geachtet sind 45 45 so jetzt mal schauen lass mal schmecken was jetzt passiert out of keys 1 1 1 1 so wie schaut es jetzt aus genau 160 kann es mir auch leisten headquarter vor jawohl mega geil mega geil ich bin so happy jetzt ich bin so gehypt was haben wir denn da jetzt im headquarter quarter vor einmal die ja das ist nicht dann das ist nicht mehr gott das kommt der headquarter das ist die fünf jahren ja hier guckt nur mein gott ok wir können wir können jetzt hier diese commander finden also hier plumber wenn die plumber werden wie sieht denn das aus wie kannst du hier schon hier der fährt einfach durch die box durch cool plumber werden ist schon mal ganz witzig so was ist das hier eine defense genau das ist diese komische mauer ja die habe ich ja bei dem anderen gesehen oder da kommt man einfach dran vorbeilaufen das also von dem tatsächlich eine mauer und die hat aber nicht klug gesetzt dieses teil hier das ist der sneaky ninja ach was ist natürlich auch asine das ding ist krank sneaky ninja must ready fans das ist das teil das habe ich vorhin jetzt schon ein paar mal gesehen ist nicht gut die gettlingern dann haben wir den laser den haben wir ja sowieso schon der commander ist cool der commander ist cool warum der kann die anfeuern ist das wie das anfeuern nicht so krass wie die anderen zu recht schau dir mal die andere an dann bist du dann müssen wir sehen das geile ist halt das anfeuern von dem so wenn ich mal gespannt bei der anderen wie viele man schießt die 12345 55 granaten ja okay ja ist die frage also ich freue mich auf jeden fall jetzt riesig ich bin gespannt was wir als erstes bekommen werden der commander ich hoffe ich hoffe ich denke man wäre so cool wenn wir den kriegen würden das wäre geil ist jetzt müssen wir erst mal auf gold hoffen wenn es euch gefallen hat dann würde ich gerne das gerne an daumen nach oben da schreibt in die kommentare abonniert uns an youtube keiner kostenlosen schatz dieser netz wieder heißt rassort miss rassort mit uns beiden bis dahin noch drei